Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City, Folge Nummer 13. Wir haben noch eine rei... noch eine Reiche drin. Erfurt, ich habe ein viertes Opfer gefunden. Fürchterlich, Master Bruce. Wir können nur hoffen, dass uns das Opfer Aufschluss über die Identität des Killers gibt. Imperfekt. Nicht perfekt. Huch. Eine Besonderheit auf der Brust des Opfers sieht nach einem markanten Muttermal aus. Sehr makkert. Irgendwer ist da... hat da irgendwie... Huch, nichts mit den Muskeln. Irgendwer ist da besessen. Da war was. Besessen von nicht perfekten Personen. Die Kugel steckt tief im Oberarm fest. Diese Art von Munition wird vorwiegend aus Jagdgewehren abgefeuert, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Gebrochene Zehn? Am linken Fuß fehlen einige Zehn. Die Stelle der Amputation weist auf eine Entfernung von totem Gewebe nach Erfrierungen hin. Alfred, das Opfer heißt Robert Kincaid. Er war ein Mikrobiologe von Stagg Enterprises. Viele dachten, die Schießerei stünde in Verbindung mit Kincaids Wissen über kontroverse Forschungen, aber das stimmte nicht. Er nahm einen Lehrauftrag in Atlanta an und dort wurde er als vermisst gemeldet. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Sehr wohl, ich kümmere mich drum. Noch ein Verbesserungspunkt, aber wir haben keinen, immer noch keine Verbindung. Was ist das denn hier? Schockwellenangriff? Oh, wieso hatten wir den nicht? Verrückfessern wir das mal unserer Kugelsicheren Panzerung, oder? Dann haben wir noch einen Punkt zum Ausgeben, aber den spare ich mir mal auf. Auf zur Missionsauswahl, wir sollen hier immer noch zum Volk zum Weißen aus. Selina sitzt immer noch im Weißenhaus fest. Nigma hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Bestimmt. Elliot Memorial Hospital. Elliot Memorial? Wieso Elliot Memorial? Hör zu, ich weiß, dass er tot ist, aber doch nicht tot, tot, oder? Er ist der Joker. Ich glaube, er ist tot. Weiß schon, so richtig tot. Niemals, du Joker. Ich dachte, der würde ewig leben. Wie der Weihnachtsmann. Wenigstens hat Batman den nicht getötet. Noch nicht. Lex Duthor, tatsächlich. Das ist aber eine echt fiese Wolke über Ace. Lex Corp. Bringing hope to Gotham. Na, das will ich sehen. Das wird dir bei unserem gemaskierten Freund hier gar nicht gefallen, wenn er sich Lex Duthor und Gotham einmischt. Na nun? Du vergisst, dass sie alle etwas gemeinsam haben. Etwas, das sie alle hassen. Noch mehr als einander. Batman. Genau. Ich glaube, dass sie ihre Differenzen überwinden, wenn sie dadurch diesen Psycho ein für alle Mal loswerden. Und dann, du, ein abgestützter Helikopter. Tote Polizisten. Was ist denn hier los? Werden wir bestimmt noch erfahren. Oder vielleicht auch. Wenn du mich fragst, könnte es jeder dieser Verrückten aus Arkham sein. Wer will Batman denn nicht tot sehen? Stimmt. Wer will Batman nicht tot sehen? Drücke 55, Kontakt zur Wasser auf der Grand Avenue, kommen. Wie lösen wir eigentlich das Rätsel? Da brauchen wir doch wieder diesen Elektro-Ding. Den Elektro-Ding haben wir gar nicht mehr, oder? Auch Bumbe-Belkloor, ferngestaltet-Bettering. Nee, das Elektro-Ding haben wir nicht mehr. Wir haben den Seilwerfer, das wusste ich gar nicht. Ist interessant. Na, kommt jetzt wieder in der Ansprache vom Großkotz. Oh, ich sehe, er hat ein bisschen umgestaltet. Willkommen im Sektorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube, sie zu sehen, löse mein Rätsel. Löse mein Rätsel. Löse mein Rätsel. Welche Fragen stellt man nur nach guter Reflexion? Hahaha. Viel Glück. Viel Glück. Nach guter was? Nach guter Reflexion? Das kann alles Mögliche sein. Nein, Batman. Du liegst weiter neben. Weiter neben. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Kann nur bei gründlicher Reflexion... Keine weggearbeitet. Ich hätte es eigentlich darauf gesetzt, dass es irgendwie die Reflexion meint im Boden. Meint er bestimmt auch. Was haben wir denn hier? Keine weggearbeitet. Was macht unser Roboter hier? Achso, das ist ja einer von seinen. Ich habe gedacht, dass wir einer von Wonder City. Meint er eventuell das hier? Keine weggearbeitet. Puh, ey. Ach du Scheiße. Wir sollen... Wir sollen ein Fragezeichen auf dem Boden darstellen lassen? Das ist erschrecklich. Jetzt wird er nur noch der Punkt. Ah, deswegen das grüne Licht. Oder das Rohr hier, oder? Kann das sein? Wenn man hier so steht. Genau. Das heißt, ich muss das Fragezeichen irgendwie anders anordnen. Ah, nee, das ist oben wahrscheinlich richtig. Okay. Nochmal. Jetzt der hier. Nein. Doch. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Nun gut. Du hast dir wohl das Recht verdient, deine Freunde zu sehen. Freunde. Ja, so doof bin ich gar nicht. Bin nur etwas aus der Übung. Ich hätte vorher noch mal Arkham City durchspielen sollen. Direkt vorher. Tut mir leid. Du musst dich jetzt aufstoßen. So was. Nochmal direkt vorher. Das ist ja schon lange Zeit her, dass ich zuletzt nochmal Batman gespielt habe. Vor Arkham Knight. Ich war nicht so lange. Womit, wie können wir mit dir reden? Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Leider nicht hier. Arbeitest du öfter mal für den Riddler? Nur, wenn du nicht hinsiehst. Selina. Wenn jemand etwas stehen lassen möchte, dann fragt er mich. Du weißt, wie das läuft. Oder dachtest du, du hättest mich bekehrt? Ich hatte es gehofft. Na, kommst du jetzt in den Raum oder nicht? Was dauert so lange? Ich bewundere dich. Bist du jetzt hier, um Eddies blöde Spiele zu spielen oder nicht? Na, kommst du jetzt in den Raum oder nicht? Ich bewundere dich. Jetzt wäre es dann. Ist das der gleiche Anzug wie in Arkham City? Ja, nicht ganz. Was dauert so lange? Ist ein bisschen anders. Aber zumindest das gleiche Material. Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Irgendwie schon. Oh, großartig. Noch mehr fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman! Catwoman! Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Oh, was? 5, 2... Ich habe hier 5 Schalter und die ödeste Lichtshow der Welt. 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2? Nein. 3. 3, 1, 4, 5, 2. Tatsächlich. 3, 1, 4, 5, 2. Wollen wir mal gucken. 3, 1, 4, 5, 2. Tatsache. Deine Sticheleien sind sinnlos. Ich habe nämlich gar keine Freunde, meine Freunde. Ja. 5, 2. Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid nicht gleichermaßen. Glückwunsch, Batman. Catwoman, du hängst hinterher. Ja. 1... ...3... ...5... ...1, 3, 5, 2... Und die letzte Zahl ist 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, das ist mir der falsche Summe, 1, 3, 5, 2, 4. Hier, warum lässt du deine Frustration nicht an meinen automatischen Händlern auf? Woran redet der da? Schönen Dank auch. Der Hasel im Quatsch, der Kerl. Es ist ein Zeit, dass ich mich aus der Abhängigkeit von Gothams Muskelprotzen lösen konnte. Das ist ein bisschen mit Timo ausschalten, irgendwie voll geil. Jeder geschlagene Roboter liefern wir, wer wolle da? Zu analysieren, dunkler Ritter. Ja, die sind natürlich auch wieder tausender Terabyte groß. Schlüssel verdient. Schlüssel verdient. Es geht die ganze Nacht so weiter, oder? Wahrscheinlich. Hm, das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay, ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Natürlich. Auf, zurück zum Hauptraum. Dann kriegen wir die nächste Aufgabe. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo wieder hin, um mit dem Badmobil irgendeinen Quatsch zu machen. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkler Ritter. Den nächsten Test findest du unter dem Elder Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen. Natürlich. So, wie war das jetzt mit der Katze? Es gab hier irgendwie Rätsel, irgendwas mit der Katze. Irgendwas mit Streif wie das Über, um sie zu zähmen oder sowas. Moment. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ja. Du hast dich noch nicht entschuldigt. Für was? Dafür, dass Eddie mich wie einen von den Guten behandelt. Als wäre ich einer deiner Helfer. Halb Gotham glaubt, dass ich dich mit Informationen versorge. Das tust du auch. Ja, wenn für mich was dabei rausspringt. Die glauben, ich mach das aus Prinzip. Tut mir leid, dass die Kriminellen schlecht von dir denken. Hey, hab ich jemals jemanden verletzt? Ich bin keiner der bösen, Batman. Ich bin eine Freiberuflerin. Entscheide dich für eine Seite, Selina. Dann muss deine Seite mehr zahlen. Also ich muss ja auch von irgendwas leben. Hör zu, Batman. Ich genieße schmachtende Blicke wie alle Mädchen. Aber vielleicht solltest du besser Eddies Hindernis-Parcours absolvieren. Boah, du bist so wunderschön. Batman, die nächsten Prüfungen sind bereit und ich kann es kaum erwarten, wieder das explodiert mein Kopfspiel zu spielen. Ja, ich auch nicht. Dann wollen wir mal wieder mit einem komischen Batmobile rumfahren. Muss ja sein. Hi. 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 Irgendwann ist Catwoman so niedlich. Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Hör. Hör. Frag sie doch nach nem Date. Hm. Du hängst immer noch an Talia-Algul, nicht wahr? Das ist Monate her. Selbst die Maden, die ihre Leiche fraßen, haben sie bestimmt schon vergessen. Irgendwie. Du lässt dir dieses über Gelegenheit für einen Flirt entgehen, nur weil ich deiner letzten Freundin die Lungenflügel weggepustet habe? Ha! Kleiner Tipp von deinem Mitstreiter, Brucie. Die Mädels hassen es, wenn du zu viel über die Ex nachdenkst. Woher willst du das denn wissen? Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred. Das macht ihn gefährlich. Womöglich ist die wahre Herausforderung, sein selbstherrliches Geschwätz zu ertragen. Oh ja. Oh ja, ist es. Das ist schrecklich. Wenn ihr in Gotham Erfolg habt, dann werdet ihr nicht mehr da sein. Um diesen Erfolg zu feiern. Ernsthaft? Ich kann das doch nicht machen. Warum? Miagani Island gibt mir gar nicht. Wo ist die Brücke? Wo ist das Bettmobil? Was ist das denn? Wir müssen irgendwo hier sein. Auf Blake Island. Auf Bleak Island. Das heißt, wir müssen mit der Hauptsorge weitermachen. Okay Ach doch, vielleicht schon Aber nur Semporär Lieblich Das ist echt nützlich Hey, Bittenmobil, da machst du ja Da unten stand doch Und ne coole Maske Also haben wir da gerade das gesamte Haus Irgendwie Das ist doch irgendwie krank Das halbe Haus mitgenommen Steh auf Riddler Rade Das war's Nett Aua Was soll denn das Schöner Wagen Ich glaube im GCP Dieseln wir jetzt nicht mehr so Willkommen Oder? Kann das sein? Wenn der Riddler was sagt Kann man ihn wenigstens ausblenden Aber bei Scarecrow Krieg ich ne Gänsehaut Chorot Industries Ist das so geil, wer hier alles der eigene Marke hat Und irgendwie kennt man es schon aus den alten Batman Comics Oder Filmen Oder Aus der Serie Find ich toll Jetzt aber erstmal auf zur Brücke Aber vorher machen wir halt Ja Vorher machen wir halt Und verabschieden uns in die nächste Folge Denn wir sind schon bei 20 Minuten Würde ich es auf Ja Ich glaube da kommt nämlich wieder so irgendwie was Großes Wenn wir da jetzt hingehen Habe ich irgendwie so Im Gefühl Also Bis zum nächsten Mal Ciao So das sind jetzt